Ja hallo, am 20. September wurden ja neue Geräte von Amazon vorgestellt für Alexa und was dabei immer so ein wenig zu kurz kommt, ist halt immer dieser schöne Alexa Developer Blog hier, wo halt Entwickler, so wie ich jetzt hier immer wieder neue Infos finden für die Entwicklung von Skills. Aber auch vielleicht der ein oder andere interessierte Alexa Anwender kann hier die ein oder andere nützliche Information herausfinden, so was da demnächst kommen wird und ja, wohin sich das Ganze so entwickelt. Ein Blick hier in diesen Blog lohnt sich auf jeden Fall für jeden, meiner Meinung nach. Und ja, was finden wir hier so? Wir finden hier Tipps, hier zum Beispiel für Developer, wie man hier seine Skills multi-rumfähig macht oder wie man halt seine eigenen, als Gerätehersteller, seine Geräte, die Alexa halt integriert haben, aber nicht von Amazon sind und Alexa ausstattet. Wie man hier zum Beispiel, die haben ein neues Alexa Connect Kit hier veröffentlicht, wie man halt quasi die Netzwerksicherheit der Firma weiter verbessern kann. Also schon stark technisch oder hier für Smart Home Anwendungen oder Programmieren, sorry, sind solche Beiträge immer sehr wichtig. Also wie man halt diese Smart Home Skill API verwendet und was sie neu beinhaltet. Also mit dieser neuen API, ich habe mich mal da kurz reingelesen, kann man halt jetzt auch komplexere Geräte oder ja, Geräte steuern zum Beispiel. Die haben hier einen Standventilator angebracht, der über verschiedene Stufen verfügt und oszillierend den Wind quasi im Zimmer verteilt. Solche Geräte lassen sich jetzt auch damit steuern, so Schieberegler, das waren alles so Dinge, die vorher so gar nicht einfach möglich waren mit der Smart Home Skill API. Was ich sehr spannend finde hier, was demnächst kombiniert, ist hier diese Ask Music Skill API, um Musikstream-Dienste es deutlich leichter zu machen, Skills für Alexa anzubieten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Radiostation habt und dort Musik mit streamen könnt oder wie auch immer, ihr seid Musikanbieter oder ihr seid ein eigenes kleines Label und möchtet eure Musik draußen raus streamen, dann wird es demnächst deutlich einfacher werden hier mit diesem, mit dieser Ask, also Alexa Skill Kit Music Skill API. Was haben wir hier noch? Genau, da gibt es noch demnächst ein neues Developer Kit, um Bildschirme zu steuern, also um bildschirmbasierte Produkte besser anzusteuern und zum Beispiel Leinwandprojektoren, Fernseher, Tablets. Jetzt, man sieht es hier auf dem Bild, das wird alles noch entspannend werden, das alles soll sprachfähig werden und was haben wir hier? Voice Control of End Device and End Feature, genau, das ist ein neuer und den habe ich noch gar nicht gelesen, oh, da muss ich mich nochmal reinschauen. Was haben wir hier, ja und das ist eigentlich so das Ding, wo wir hier mal reinschauen, was ich so richtig geil finde. Alexa Presentation Language, das ist so eine Art, ja, HTML für Alexa. Also, die Quintessenz dieses ganzen Artikels ist hier, dass hier im Prinzip mit Alexa demnächst auf den Bildschirmgeräten alles möglich sein soll, wie auf einem normalen Rechner. Was mehr oder weniger bedeuten könnte, dass Webseiten an sich überflüssig werden hiermit. Wir können hier Video, Audio, HTML5 soll dort voll unterstützt werden. Bestimmte Layouts, wir haben dort als Entwickler die komplette Freiheit, ja, die Bildschirme zu gestalten und auch jedes Element auch klickbar zu machen. Ähnlich wie halt auf einer App, plus halt die Möglichkeit, das Ganze mit Alexa zu steuern. Und das finde ich richtig geil, also dieses APL ist für mich so eine, eigentlich eine kleine Revolution, die hier so ein bisschen untergeht. Und, ja, das soll es jetzt für heute hier gewesen sein. Ich wollte euch nur mal kurz hier diesen Alexa-Blog hier vorstellen, wo ihr mal reinkommen könnt, die gucken könnt. Die veröffentlichen hier relativ regelmäßig mit einer sehr hohen Schlagzahl hier neue Dinge. Und es ist sehr spannend hier, ja, die ganze Entwicklung zu verfolgen.